Bei Assassin's Creed wäre das einfacher gewesen. Da fährt man runter, das ist das Problem. Oder mal auf die komischen Wurzeln da hoch. Klappt auch super. Halt! Achso. Hier komme ich da jetzt hoch, verdammte Scheiße. Heck hier. Na, das ist ja was, wa? Die ist ja toll. Ja, am besten die ganzen Berg runter. Bis rüber auf die andere Seite. Gott, wie ich das hasse bei Far Cry. Das ist wirklich was die Scheiße gemacht haben. Ohne Mist. Wie kommt man da jetzt hoch? Hier kommt man ja nicht ran. Da kommen keinen kann die ran springen. Und hier auch nicht, wa? Ne. Und dann das Gemüse wahrscheinlich ohne. Ich würde mal interessieren, was dieses Symbol zu bedeuten hat. ganz toll. Alter Schwede. Ich kann das auch nicht drücken, machen, tun, kann ich nichts. Das sah nicht schlecht aus, aber Abschlussquote war scheiße. Niemals hoch, alter. Niemals. Niemals. Hier und jemals, man sagt, das ist mir zu blöd. Gut. Oder liegt sie unten? Wenn die jetzt unten liegt, dann wird die oben scheiß. Da habe ich jetzt ja nie geguckt, dass die eventuell auch unten rum liegen könnte. Aber die Markierung sah eigentlich so aus, als wenn sie oben liegt. Sprengen könnte man das Ding noch. Ah, ich glaube, dann ist die Tafel auch weg. Von daher bringt das wenig. Hm. Na ja. Gehen wir jetzt mal zu den anderen. Dann. Vielleicht fällt mir noch mal ein. Sie ist wahrscheinlich genauso scheiße. Macht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich könnte den Typen mitnehmen und Räuberleiter machen, aber ich glaube, der kommt nie mit. Wo ist denn das denn da? Äh. Äh. Boah. Und welche Krokos oder so? Ich ahne doch schon wieder böse. Die muss auch eine Kiste sein. Wenn ich hier schon in die Farbe gebe, dann bitte auch alle Kisten. Oh. Was ist das denn hier? Die sind ja abgeranzten Gummis hingenhängt, oder was? Tja doll aus. So. 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 hier auch große Tennis war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da unten liegt. mit der Favetic, äh, und so, ne? Aber. So. Wie sieht du so viel? Du musst du ne Tafel? Tatsache. So. Jetzt aus. Wandert. Hier. Ich streng die halt ein bisschen an. So, aber dann kann das andere ja auch nicht so schwer sein, oder? So. So. Zwei haben wir. Die dritte wird ein Problem. Genau da. Man sieht sich den Punkt an, ne? Wenn weiss man Bescheid. Kacke. Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö recht offensichtlich dass man da nicht hochkommt ich habe ja soweit im verdacht gehabt so kurzzeitig mal weg springt du hast du komische links will ich den tag so wie komme ich jetzt wahnsinn 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 wir haben es geschafft mit einem kleinen trick also sicherlich kein trick sondern das war wahrscheinlich so hochgedacht aber naja erst mal drauf kommen aber anders wäre sowieso nicht gegangen weil ich habe ja da schon alles relativ gründlich auch abgesucht ihr habt also welche aufstiegsmöglichkeiten von daher war das eigentlich noch die einzige variante was ich mir noch überlegt hatte mit der bazooka dass ich mir der bazooka kaufen muss und darauf ballern wäre wahrscheinlich auch gegangen aber so war es jetzt hier also ich hätte ja kette sind alle dabei war danke 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 die tafeln sind unser erbe durch sie sprechen unsere ahnen wir ehren sie durch zu hören klar du hast uns wirklich sehr geholfen denn das du verdienst es kein ding jo wieder 500 öcken geschaut dass es ihr gut geht sehr schön so ich habe hier gerade noch ein ausrufezeichen gesehen da oben musik da haben wir vorher noch ein bisschen was zu erledigen muss ich sagen ja ist das mit dem jeld ja auch kein problem war mittlerweile so schnellverkauf eigentlich kurven brauchen wir eigentlich nicht mehr aber spezielles leuchtwissen brauchen wir alles nicht konsumartikel körperpanzer den wir mal mit ja mit den karten wie sie auch nie so richtig war heute am anarki diese karte zeigt die standorte aller beutekisten in der nähe von am anarki auf der nordinsel haben wir doch schon oder verstehe ich zwar nicht ganz weil wir ja hier schon so ziemlich alles haben also was sichtbar was sichtbares na gut ok dann nehmen wir uns hier mal den die türmischen vor ein türmischen hatten wir lange nicht mehr äh gibt es hier ein moped oder wir können auch erstmal noch die aufjahrebe da machen 175 nicht so viel was 725 m ach ne das ist die anzeige für den turm die denn da für lustige sachen ich habe die f1 1000 gefällt mir naja du siehst mich du siehst mich überhaupt nicht weil ich jetzt nämlich ganz schnell zu dir kommen und ziehen die blöde aus der wasche so da ist noch einer also f1 ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber doch gar nicht mal so verkehrt wir waren irgendwelche schätzer gesehen haben die denn da überhaupt geschlachtet schwein oder weit wir waren schatz irgendwo wir helfen beiden figuren so wieder raus hier und dann kommen wir weiter zum punktum der ist jetzt schon weit weg aber ist mir egal ich finde man unterwegs irgendwelche interessanten sachen irgendwelche drecks hunde ich war denn da na da hielt ja die party ab war hier über den zaun machten ihr hier für faxen granate Halt mal an, da ihr Spaten. Was ist denn los? Wollte ich dir eigentlich erstmal ganz in Ruhe plündern, ja? Wollen wir eine LCD-Armbanduhr holen? So, was ist jetzt hier in dem Haus drin? Toll. Ja, nischt. Huh? Ich will bewaffnen. Das haben wir schon. Ja. 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 Ja.